Mal schauen, ob das so einfach wird. Okay, Firepacks haben wir schon mal hier. Was haben wir hier? Find the way to the Solari Base. Sieht's mittlerweile aus. Okay, haben doch noch einiges zu exploren, wenn das alles hier noch Teil ist. Wie viel Prozent haben wir eigentlich? 40? Okay, 40 Prozent, alles klar. Die Sturmgarten, die Geräusche, die Geräusche gemacht haben, fast inhumane. Shit, ich hab dich selbst gesagt, Lara, du bist so wie Vater. Es ist wie sie die Räumen von einigen Verlust-Zivilisationen. Okay, jetzt bin ich wirklich so wie Vater. All ich weiß, ist, dass sie die Menschen töten, und ich habe eine Gefühle, dass sie nicht mehr zu töten, um mich zu töten. Aber ich kann nicht über das jetzt denken. Sam ist in Ordnung, und ich muss sie wiederholen. Sie ist auf mich. Allerdings. Wollen wir hier auf? Wollen wir hier? Ich würde keine Punkte eigentlich hier in die Shotgun noch investieren, aber okay, da brauchen wir noch ein paar mehr Points dafür, bevor wir da was machen können. Ey, Moment. Wollen wir mal gucken, wie ich meine Pistole habe. Da habe ich ein bisschen vernachlässigt, habe ich so das Gefühl. Extended. Ah, warum nicht? Haben wir Extended mehr rein. Let's... 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 Komm schon, ich weiß gar nicht, die Fackel hier nicht ausmachen. Naja. Wird nicht lang gefackelt. So bin ich sicher. Oh. Das funktioniert nicht. Aber das können wir uns definitiv gönnen, ja, Minen. Jawohl. Savage und... What you got? Iiii. Rifle Pass. Nice. Get away. Das ist die gute Sache. Oh. Ach, damit sie von der Insel wegkommt. Oder auch nicht. Ich bin aus diesem Ort. Ich möchte einfach raus. Hör, Bruder, wir alle machen. Aber es wird nicht passieren. Die Störme wird niemals uns weg. Aber was, wenn wir... Was, wenn nichts, wenn du hier rauskommst? Da ist ein Clip. Geh an und schau. Jetzt las ich die Blumen zu Ende. Moment. Okay. Okay. Ich dachte, dass sie sich irgendwie ein bisschen aufteilen, damit ich sie irgendwie mit Stealth wegholen kann, aber anscheinend nicht. Ähm, ich will doch nochmal schauen, ob wir hier... Ah ne, okay, das war der Weg, alles klar, gut. Ich hab's ja noch einen Nebenweg oder sowas gehabt, aber anscheinend nicht. Ich glaub, ich hätte das Game auch auf Hard irgendwie zucken können, hab ich grad so das Gefühl, also... Ich stell mich grad gar nicht so doof an, wie das normalerweise der Fall ist. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Hab ich den jetzt gelootet? Ja. Der Shot hier war sowieso der geilste. Aber jetzt können wir ihn leider nicht scavengen, das ist ein bisschen... Oder nicht looten, das ist so der einzige Nachteil. Power Slides! Woo! Oh Gott, das war knapp. Are you there? Ich bin hier, Sam. Are you okay? What do they want with me, Laura? A fire ritual? This is so fucked up. Listen, ich komme um dich zu holen. Ich werde dich raus von da. Bitte, bitte helme mir, Laura. Ich versuche... Ich versuche, Sam. Hey! Oh nein! Sam? Sam? Help me, Sam! Bitte, bitte, du bleibst! Nein! Nein! Fuck. Ich glaub, damit hat sie die Probleme nur beschleunigt. Descent into the mountain to the Solari Bays. Ah, hier haben wir es. 32% haben wir overall geschafft. Okay, weil das... Damit gehören auch Sachen, die man, glaub ich, scavengen kann. Also, wie viel wir vom eigentlichen Game jetzt schon geschafft haben, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das Ganze ein bisschen länger andauert. Also, es ist verdammt gut gemacht, muss ich sagen. Es ist richtig geil, macht das unglaublich viel Spaß. Ich glaub, vier Stunden insgesamt zog ich das gerade jetzt hier am Stück. Es ist super. Man kann nicht aufhören damit. So. Und dass das Ganze hier in Japan natürlich spielt, macht das Ganze nochmal eine ganze Ecke geiler. Oh. 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 Okay. Got it. Heilen wir uns über Zeit, oder? Ja. Okay. Good. So, alles gut. Everything. Cool. Shotgun Park. Nice. Ah. Das wär die einfache Möglichkeit gewesen. Okay, nevermind, hold on a second, hold on, hold on, no, okay, do little shit, get fucked, Alles klar, shit, oh, okay, den Gastank können wir gerade jetzt vergessen, und den Bogen glaube ich auch, ja, mal schauen, dass wir ruhig bleiben und Headshots landen, good, keep calm and Headshot, Okay, laut Lara haben wir ja keinen Gegner mehr in der Nähe, schade, wollte ich mal den Bogen einsetzen, aber naja, Das haben wir wohl gewastet, eventuell. Eventuell. No way around, I've got to cross. Nobody can cross it. Mountain descent. Äh, okay, mal sehen, da oben müssen wir hin, okay, alright, gibt's irgendwas, was ich gerade nicht sehe? Hm. So geht's natürlich auch. Ja. Okay. Got it. Ja, 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 ja. Okay, da sind wir ein bisschen weit weg von unserem Ziel, jetzt. Got it. Got it, nice, nice. Nice, shit. Also müssen wir uns doch links halten, anscheinend so wie es aussieht, okay. Oh, das war gerade interessant, dodge while aiming. Äh, ja, got it. Na, das funktioniert, ja. Got it. Okay, pop lock and drop it. What? Ich hab nach rechts gedrückt, das ging nicht weiter. Oder muss ich nach links weiterbleiben? Gute Frage, wir bleiben mal rechts. Shit. Okay. Okay, 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 okay. Funktioniert? Yo. Definitiv, definitiv. Okay, gut. Da war gerade kein Ausflieger irgendwie, zumindest keinen, den ich gesehen habe. Ach, shit. Oh, oh. Na, super. Five. Okay. Holy shit. Okay. Okay, I like it. I like it. I like it. Some PUBG up in this. Oh, oh. Okay. Dieses Game, mein Gott. Adrenalin auf 800. Damn. Damn, son. Puh. Respekt. Respekt, Lara. Respekt. Oh. Holy shit. You are the shit, Lara. Damn. Can't get more badass. Hello. Gute Idee. Das Game ist extrem geil in Szene gesetzt. Keine Sorge da, weil wir finden was. Ich bin da guter Dinge. Was sollen die ganzen Reifen hier? Gut, dass wir keinen Käse da gestaut haben. Bist du wegen Reifen? Gott. Ich bin stolz drauf, ja. Shanty Town. Ist das giftige Ding, oder was? Ah! Ne, ich glaub, sie ist einfach nur kaputt. Ja, das Gewinn kann man auch nicht hoch, ähm, klettern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lara. Es hat ja was von Dying Light auch ein bisschen, ne? Ein bisschen. Hoffen wir es mal. Wird und wird nicht besser, ne? Feuer. Oh Gott. Okay. Ja. Walking Dead Final Season, anyone? Noes? Hey, help me out here! Shit! Shit! Okay. Brother? Sucks? Sucks to be you, bruh? Oh shit. Okay. Kann ja nicht wirklich in Deckung gehen, ist das Problem. Watch out! She's armed! Yeah, no shit. Leider kein Headshot. Yes! Okay, keiner hinter uns. Wir haben noch Gegner hier. Oh! Ah. Help. Okay. Worth it. Definitiv worth it. Oh! 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 Okay, wir müssen erst Medical Supplies finden, so wie es aussieht. Ansonsten kann Lara da sowas leider nicht hinnehmen. Vor allem hat sie gerade bestimmt 20 Bullets auf einmal gefressen. Das kommt auch nochmal mit dazu. Ja, wir hätten sogar dieses Ding einfach abschießen können. Oh, 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 ja, okay, das können wir uns nicht leisten, da müssen wir auf jeden Fall drüber springen. Ach, oh, da war gerade die Info, das wusste ich gar nicht, wir können mit anderen Leuten sprechen, indem wir E drücken. Also, vielleicht können wir ein bisschen Diplomatie spielen lassen, wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Aber gut, vorhin ging das ja auch automatisch. Oh, nein. Oh, das ist einer von diesen Fackel-Kollegen. Auf dem ich mir absolut gar keinen Bock. Das ist auf jeden Fall ein weiter Weg nach unten hier. Kniescheiben aiming. Okay. Wips. Ne, okay. Achso. Ja. Äh. Da müssen wir einfach ziehen, ne? Dafür reicht die Kraft noch. Perfekt. Nein. Nice. Jawohl. Sehr gut. Na. Ja. 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 Er wird's nicht mehr brauchen. Aber für was? Wir haben doch sowieso die Fackel. Ähm. Ähm. Oh, fuck mei. Okay. Ähm. 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 Das war's für heute.